Hallo? Pauli! Habibi, Mann! Was los, Alter? Ich bin in Sleekys Karre mit Rocky und so einer geilen Schlampe. Pauli, du solltest dir den Arsch sehen, ja? Der ist so geil wie Pfirsich, Apfel, Wassermelone und Obstsalat, ja? Aber egal, scheiß mal auf Muschi, sag mal lieber was zur Anlage. Ist die krass, oder was? Die Stereoanlage ist echter Scheißdreck, du Penner! Ich wollte noch 12 Sub-Ufer haben und du hast mir nur 7 eingebaut, du Penner! Und was soll das mit diesem Scheiß-Computer? Ich bin noch nicht Bill Gates, Mann! Die Scheiß ist zu kompliziert, du Wichser! Schnauze! Scheiße! Ich weiß einfach nicht, wo man diese Scheiß-Stimme ausstellen kann, Habib! Habib, ja, geh mal das Telefon machen! Pauli, du Opfer, ja? Probier mal den Turbokop an der Anlage aus, Mann! Hat sich noch nicht ausprobiert, aber mach ich gleich! Und, ist der Boss krass, oder was? Okay, die sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht, okay? Uh! Da fährt eine sexy Hosenbraut vor mir! Sie ist auf dem Motorrad unterwegs und... Die hat so sexy Stiefel, Mann! Die ist auf dem Motorrad, Habib! Du musst... Die trägt Stiefel, Mann! Die Schlampe trägt Nuttenstiefel! Scheiße, hör auf, Alter! Ich werd noch richtig geil! Ah! Schau dir das an! Pauli! Oh, da ist jemand auf der anderen Leitung! Hallo? Du bist eine Minute zu spät, Pauli! Ey, Bobo, Mann! Komm schon! Wo bist du? Was ist da los? Mann, Bobo, ich hab deinen Hochzeitsring abgeholt! Das ist doch ne ganz tolle Sache von mir! Schnauze! Schwing deinen Arsch her! Oh, was für'n Arsch, Mann! Ich muss mir ja unbedingt diese Schlampe klären, Mann! Du verdammtes Schlamm-Transe, Mann!